Im Jahr 1947 war dieser Fluchtweg über die Krimler Tauern für mehr als 5000 jüdische Flüchtlinge der wohl letzte Ausweg in die Freiheit. Dieser Platz hier im Krimler-Aachental ist dem Hain der Flucht gewidmet, eine Baumpflanzung von 49 verschiedenen Bäumen und soll daran erinnern, dass hier eine der wichtigsten Fluchtrouten nach dem Zweiten Weltkrieg war. Damals wie heute brauchen wir Menschlichkeit und Courage, um Menschen, die auf der Flucht sind, zu unterstützen und ihnen eine Chance, ihnen ein neues Leben zu geben. Mir war von Anbeginn die Symbolik wichtig. Sieben ist in allen Religionen eine Glückszahl. Und so haben wir das Glück zum Quadrat erhoben hier, sieben mal sieben, 49 Bäume. Und was braucht ein Mensch? Und überhaupt, wenn du ein flüchtender Mensch bist oder ein geflüchteter Mensch, dann brauchst du wirklich ein Glück.